Ständig klingelte das Telefon und alle möglichen Leute verlangten, Malcolm zu sprechen. Ein Mann fuhr mit einem dreckigen alten Montego vor und wollte Malcolm einen Versicherungsvertrag aufschwatzen. David wimmelte sie alle ab. »Malcolm sei geschäftlich nach Chester gefahren«, erklärte er. »Wann er zurückkomme, könne er beim besten Willen nicht sagen. Bin ich meines Bruders Hüter?« Nachdem Dougal am Abend heimgegangen war, machte David noch einmal eine Runde durch die Stelle und vergewisserte sich, dass alles seine Ordnung hatte. Alle Boxen geschlossen und die Mutterschweine festgebunden waren, damit sie nicht aus Versehen ihre Ferkel erdrückten. Ganz zum Schluss schaute er bei Old Jeffreys vorbei. Der Eber starrte ihn an. Aus seiner Kehle drang er laut, wie ihn David noch nie von einem Schwein gehört hatte. »Na, alter Junge«, sagte er, und lehnte sich über den Verschlag. »Sieht ganz so aus, als habe Malcolm genau gewusst, was er sagte, als er davon redete, dass ihr zweimal im selben Grab beerdigt werdet.« Old Jeffreys bleckte grunzend die Zähne. »Ich wusste ja nicht, was ich sonst hätte tun sollen«, fuhr David fort. »Er wäre doch vor meinen Augen verblutet.« »Mein Gott, länger als fünf Minuten hätte er nie durchgehalten.« Old Jeffreys grunzte wieder. »Danke, O.J., du bist ein guter Zuhörer«, sagte David und tätschelte dem alten Eber den Kopf. Ohne jede Vorwarnung schnappte Old Jeffreys zu und verbiss sich in seiner Hand. Die Finger brachen und spitze Zähne bohrten sich durch Davids Hand. Brüllend vor Schmerzen versuchte er, sich zu befreien, doch Old Jeffreys drehte den mächtigen Schädel und zerrte mit solcher Gewalt, dass David über das Gatter flog und auf dem nach Ammoniak stinkenden Stroh landete. Im nächsten Augenblick wurde ihm der Arm hinter dem Rücken verbogen, bis der Ellbogen brach. Schreiend versuchte er, sich zur Seite zu wälzen, doch schon bearbeitete Old Jeffreys mit den Vorderfüßen seine Brust so heftig, dass mehrere Rippen brachen und der linke Lungenflügel einen Rass abbekam. Old Jeffreys wog über 300 Kilo. David konnte sich winden und kämpfen, so viel er mochte. Der Eber ließ sich nicht abschütteln. »Duge«, kreischte David. Doch ihm war klar, dass sein Vorarbeiter vor 20 Minuten gegangen war. »Um Gottes Willen, Hilfe! Hilfe!« Mit wütendem Grunzen trampelte Old Jeffreys auf David herum und verdrehte die Hand immer mehr. Zu seinem Entsetzen sah David zwei Finger aus der Schnauze auf das Stroh fallen. Mit seinem borstigen Unterleib zerkratzte der Eber ihm das Gesicht, und der stechende Geruch nach Schwein und Ammoniak betäubte ihn fast. Auf dem Rücken liegend schob sich David unter dem Bauch des Ebers hindurch, packte ihn schließlich mit seiner freien Hand einen langen Borsten auf dem Rücken und versuchte, sich hochzuziehen. Einen kurzen Moment lang glaubte er, er habe es geschafft. Doch dann ließ Old Jeffreys mit einem wütenden Quieken Davids Hand los und wühlte sich mit der Schnauze voran zwischen seine Schenkel. »Nein, nein, nicht da!« Doch schon zerfetzten Old Jeffreys scharfe Zähne die Hose und rissen ihm ein großes Fleischstück vom Schenkelknochen. Haut und Fett platzten und rissen geräuschvoll. Und dann hatte der Eber sich weiter oben verbissen. David spürte, wie die Zähne alles durchtrennten, was dort hervorstand. David warf den Kopf zurück und stieß einen Schrei der Verzweiflung aus. Er wollte auf der Stelle sterben, keine Schmerzen empfinden, nichts mehr als Dunkelheit um sich herum spüren. Doch jetzt gab Old Jeffreys sich zufrieden. Er ließ von David ab und zog sich mit seiner grausigen Beute zwischen den Zähnen zurück. Trotzdem ließ er den Mann nicht aus dem Auge, als warne er ihn davor, sich das abgetrennte Teil zurückzuholen. David erbrach Blut. Unter einem langgezogenen Wimmern richtete er sich auf und humpelte zur Einfassung der Box. Vor Schmerzen schrie er auf, als er sich hinübergleiten ließ. Er spürte, dass er literweise Blut verlor. Warm und bedrohlich spritzte es durch das Loch in seiner Hose. Er wusste, dass er sterben würde. Aber ein Schwein sollte nicht über sein Leben verfügen dürfen. Nein, er wollte den gleichen Weg gehen wie Merkum, jenseits der Schmerzen und im Angesicht der anderen Welt. Er wollte die endgültige Ekstase erleben. Er öffnete das Gatte und humpelte an den Stellen vorbei. Eine Blutspur markierte seinen Weg. Nach kurzem Zögern folgte ihm Old Jeffreys, der die Bretterwand seiner Box zwar schwerfällig, aber dennoch ohne größere Mühe und auf eine überraschend menschliche Weise überklettert hatte. Seine Klauen klapperten auf dem Betonboden. David schleppte sich eine Blutspur hinter sich herziehend über den Hof zur Scheune, in der sie das Futter aufbewahrten und wo die Futtermühle stand. Der Wind schlug irgendwo eine Tür auf und zu, wieder und wieder, sodass es ihm wie das langsame rollende Trommeln bei einer Beerdigung vorkam. Ihm war so kalt, kälter als er sich je gefühlt hatte. Im Abstand von zwanzig Metern trottete Old Jeffreys ihm nach. Sein Auge leuchtete in der Dunkelheit. Keuchend öffnete David die Tür und schaltete die Lichter an. Dann musste er sich erschöpft gegen die Wand lehnen. Old Jeffreys folgte ihm über die Schwelle und blieb stehen. Drohend, groß und schwarz zeichnete sich sein Umriss ab. Er kam aber nicht näher. David drückte den Hebel für das Malwerk auf Onn. Sogleich setzten sich die Stahlblätter knirschend in Bewegung. Eine ganze Ewigkeit schien zu vergehen, bis er die Leiter endlich erklommen hatte und von oben in den Trichter schauen konnte. Die Blätter drehten sich, wirbelten blitzend im Lampenschein. »Ekstase«, hatte Malcolm gerufen, »ein Genuss jenseits aller Schmerzen.« Er wuchtete seine bluttriefenden Beine über die Umrandung. »Ein Stoßgebet noch. Gott, vergib mir. Liebe Mutter, bitte verzeih mir.« Er ließ los und schlitterte die Stahlwand hinunter. Mit den Füßen zuerst landete er zwischen den Blättern des Malwerks. Erst schrie er auf vor Entsetzen und dann vor Schmerz. Gnadenlos schnitt der Stahl durch seine Knöchel, Schienbeine, die Knie. Er sah, wie seine Schenkel zu einem blutig-roten Chaos aus Knochen, Muskeln und Sehnen zerkleinert wurden. Die Schmerzen waren so unerträglich, dass er mit den Fäusten gegen die Innenwände trommelte. Das war keine Ekstase. Das waren unerträgliche, nervenzerfetzende Schmerzen. Und dazu kam noch das Wissen, dass er bereits rettungslos verstümmelt und so gut wie tot war. Die Blätter schnitten in seine Hüfte. Er hatte schon geglaubt, er sei ohnmächtig, aber das stimmte nicht. Man konnte das Bewusstsein nicht verlieren, wenn die Schmerzen so grässlich waren, dass nichts verschont blieb, auch nicht sein Bewusstsein, nicht einmal seine Seele. Er spürte, wie sein Unterleib zerteilt, zerstoßen und zu breit zermeimt wurde. Er spürte, wie ein Sog seine Eingeweide ergriff und sie ihm aus dem Bauch riß. Und dann geriet der Rest zwischen die Blätter und wurde wie bei Malcolm durch einen Strudel gewirbelt. Den Bruchteil einer Sekunde lang spürte er auch das noch, diesen wilden Dervischtanz, einen Tanz der Agonie. Malcolm hatte gelogen. Er hatte gelogen. Jenseits der Schmerzen gab es nichts als nur noch mehr Schmerzen. Und auf der anderen Seite wartete etwas Blendendes, das ihm die Sicht raubte und die Schmerzen vergleichsweise noch als Liebkosung erscheinen ließ. Die Blätter zerschnitten ihm die Kiefer, zermeimten sein Gesicht, Blut und Hirnmasse wurden im Kreis herumgewirbelt und dann war nichts mehr von ihm übrig. Mehr als eine Stunde lang drehte sich das Malwerk noch in rasendem Tempo. Schließlich hatte es sich überhitzt, da es nichts mehr zu zermahlen gab, und die Blätter kamen kreischend zum Stehen. Noch tröpfelte Blut, aber immer langsamer. Der einäugige Old Jeffreys blieb im geöffneten Tor stehen, wo ihm der kalte Nachtwind durch die Borsten strich. Was Strafe war, wusste er nicht. Auch so etwas wie Schuld war ihm unbekannt. Aber auch wenn er es nicht verstand, so war vorher doch etwas aus seinem vollen Magen empor und durch die Windungen seines primitiven Gehirns gedrungen. Ein unbändiges Verlangen nach Rache. 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 Ein unbändiges Verlangen nach Rache.